Wenn ihr in st-objektorientiert programmiert, dann begegnen euch immer mal wieder zwei Schlüsselwörter. Und das sind Super und This. In diesem Video erkläre ich euch in kompakter Form die Bedeutung dieser Schlüsselwörter und zeige euch, wie ihr sie in der Programmierung verwendet. Und los geht's mit Super, das ihr braucht, wenn ihr unter Verwendung der Vererbung bestehende Funktionsbausteine oder Klassen erweitert. Bei der Vererbung ist es ja so, dass die abgeleitete Klasse sämtliche Methoden und Eigenschaften der Basisklasse erbt, die dort entweder als Public oder als Protected deklariert sind. Das bedeutet, dass diese Methoden und Eigenschaften der Basisklasse auf ein Objekt der erweiterten Klasse angewendet werden können. Das gilt allerdings nur so lange, wie diese Elemente, also die Eigenschaften und Methoden, nicht in der Erweiterung überschrieben werden. Überschreiben heißt in diesem Zusammenhang ja, dass einzelne Methoden oder Eigenschaften der Basisklasse in der Erweiterung neu angelegt und neu implementiert werden. Wenn das der Fall ist, wird nämlich immer die lokale Implementierung bevorzugt. Man sagt dann auch, dass diese lokalen Implementierungen der Erweiterung die Implementierung der Basisklasse überschatten oder verstecken, was, wie ich finde, ganz gut klar macht, dass durch das Überschreiben bestimmte Codeteile der Basisklasse nicht mehr sichtbar sind. Häufig ist es aber so, dass ihr trotz des Überschreibens doch noch auf den überschriebenen Code der Basisklasse zugreifen wollt. Und das geht über das Schlüsselwort Super. Super ist nämlich ein Pointer auf eine Instanz der Basisklasse. Wenn ihr diesen Pointer dereferenziert mit dem Dach, könnt ihr dann auf die Implementierung der Basisklasse zugreifen. Ihr könnt euch also merken, dass ihr das Schlüsselwort Super immer dann und auch nur dann braucht, wenn ihr in einer Vererbungsbeziehung auf den Programmcode der Basisklasse zugreifen wollt, den ihr durch Überschreiben in der Erweiterung versteckt habt. Bei ST müsst ihr dann eine Besonderheit noch beachten, denn bei der Vererbung wird immer ein bestimmter Programmcode überschrieben und das ist der Anweisungsteil der Basisklasse. Den Zugriff auf den Anweisungsteil der Basisklasse erreicht ihr mit Super dann die Dereferenzierung und dann Klammer auf und zu. So, die Anwendung von Super will ich jetzt nochmal an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Die Basisklasse ist der Funktionsbaustein FB Monitoring, in dem überwacht wird, ob ein Signal einen Schwellwert überschreitet. Das Eingangssignal F-Signal ist das zu überwachende Signal. Das Ausgangssignal B-Exceded soll gesetzt sein, wenn der Schwellwert überschritten ist. Und eben dieser Schwellwert wird durch die interne Variable F-Threshold festgelegt. Und F-Delta definiert eine Abweichung um den Schwellwert, womit also so etwas wie eine Hysterese realisiert wird. Wenn also das Signal größer oder gleich dem Schwellwert ist und das Ausgangssignal noch nicht gesetzt ist, das ist also der Moment der Schwellwertüberschreitung, dann wird die Methode M-On aufgerufen, wo das Ausgangssignal einfach auf True gesetzt wird. Wenn das Ausgangssignal schon gesetzt ist und das Signal dann aber den Schwellwert Minus dieser Abweichung unterschreitet, dann wird die Methode M-Off ausgeführt, wo hier nur das Ausgangssignal zurückgesetzt wird. Die Methoden M-On und M-Off sind in diesem Beispiel trivial, aber ihr könnt euch vorstellen, dass hier noch weitere Monitoring-Funktionen untergebracht werden können, wie zum Beispiel ein Zähler für die Anzahl der Schwellwertüberschreitung oder das Speichern der Zeitpunkte der Überschreitung. Um den Schwellwert und die Abweichung von außen setzen und lesen zu können, hat der FB dann noch die Eigenschaften P-Threshold und P-Delta, deren Implementierung in diesem Beispiel aber keine Rolle spielen. So, die Anwendung dieses FBs sieht ihr jetzt hier in diesem Programm. Das Signal ist einfach ein Integerwert, den ich noch auf den Wertebereich von 0 bis 100% skaliere. Wenn also das Signal den Wert von 50% überschreitet, geht das Ausgangssignal auf True und bei Unterschreiten des Wertes von 40% geht das Ausgangssignal wieder auf False. So, diese Signalüberwachung möchte ich jetzt noch erweitern um eine Quittierung. Das heißt also, dass das Ausgangssignal nur dann von True auf False zurückgesetzt wird, wenn der Schwellwert minus das Delta unterschritten wird und eine manuelle Quittierung erfolgt. So, und das Ganze realisiere ich natürlich unter Verwendung der Vererbung. Und dazu lege ich zunächst einmal einen neuen FB an mit dem Bezeichner FB Monitoring with Acknowledge, der den bestehenden FB erweitert. Der neue FB bekommt dann ein zusätzliches Eingangssignal, BEG, das zur Quittierung gesetzt werden muss. So, das eigentliche Quittieren wird dann durch diese Flankenerkennung detektiert. So, hier seht ihr jetzt den Fall, dass der Anweisungsteil des erweiterten FBs den Anweisungsteil der Basisklasse überschattet. In dem Anweisungsteil der Basisklasse findet aber die Schwellwertüberwachung statt und daher muss logischerweise also dieser Code auch in der Erweiterung ausgeführt werden. Und das erreiche ich, indem ich den Anweisungsteil der Basisklasse aufrufe mit der Anweisung Super, dann die Dereferenzierung und Klammer auf und zu. So, diese Anweisung führt also dazu, dass dieser Programmcode ausgeführt wird. Und jetzt muss ich noch erreichen, dass das Ausgangssignal BEEXCIDED auch wirklich nur dann zurückgesetzt wird, wenn das Signal den Schwellwert minus das Delta unterschritten hat und wenn dann die Quittierung erfolgt ist. Wenn ihr nochmal in den Anweisungsteil der Basisklasse schaut, seht ihr, dass wenn die Methode MOF ausgeführt wird, die erste Bedingung ja schon erfüllt ist. Dann hat das Signal den Schwellwert schon unterschritten. In der Methode MOF muss dann noch geprüft werden, ob die Quittierung auch erfolgt ist. Das passiert aber in der Methode MOF der Basisklasse nicht, also muss die Implementierung dieser Methode in dem erweiterten FB etwas anders aussehen. Die Methode muss also überschrieben werden. Und dazu lege ich in diesem FB eine neue Methode an mit dem Bezeichner MOF, demselben Rückgabeparameter, denselben Übergabeparameter und demselben Zugriffsspezifizierer. Hierin soll jetzt also nur eine Aktion ausgeführt werden, wenn die Quittierung erfolgt ist, also wenn das Ausgangssignal der Flankenerkennung true ist. Und wenn das der Fall ist, dann soll die Methode MOF der Basisklasse ausgeführt werden. Und das erreiche ich jetzt eben mit dem Pointer super, den ich ja jetzt brauche, weil die Methode MOF, die ich gerade angelegt habe, die Methode MOF der Basisklasse überschattet. So, diese Anweisung ruft jetzt also die Methode MOF der Basisklasse auf. In diesem einfachen Beispiel hätte ich natürlich das Ausgangssignal beExceeded einfach auf Fault setzen können, statt über diesen auf den ersten Blick vielleicht umständlichen Weg. Aber es könnte ja sein, dass in der Methode MOF noch mehr Anweisungen ausgeführt werden, wie ich gerade schon erwähnt habe. Also ein Counter gesetzt wird, ein Zeitstempel gespeichert wird und so weiter. Grundsätzlich ist es immer ratsam, auf bestehenden Code zurückzugreifen, wie hier über den Pointer super, anstatt Programmcode zu kopieren. Okay, und hier habt ihr nochmal die Demo des erweiterten FBs im Main-Programm. Hier habe ich jetzt noch eine Variable bSwitch ergänzt, mit der ich dann die Quittierung vornehmen kann. Im Online-Modus könnt ihr jetzt erkennen, dass das Ausgangssignal des FBs gesetzt bleibt, auch wenn das Signal den Schwellwert wieder unterschreitet. Und das Signal wird also erst dann zurückgesetzt, wenn die Quittierung erfolgt ist. So, an diesem Beispiel habe ich euch also die Anwendungsfälle des Superpointers gezeigt. Durch die Vererbung hat der Anweisungsteil des erweiterten FBs den Anweisungsteil der Basisklasse überschattet. So, und mit Super, Dach, Klammer auf und zu, habe ich dann aus der Erweiterung auf den Anweisungsteil der Basisklasse zugegriffen. Und die zweite Überschattung kam dann dadurch, dass ich die Methode MOF überschrieben habe. Aus dieser neuen Methode MOF habe ich dann auch wieder über Super auf die Methode MOF der Basisklasse zugegriffen. So, und das sind auch schon die beiden Möglichkeiten, für die ihr den Pointer Super braucht. So, dann komme ich jetzt zu dem Schlüsselwort This. This wird häufig direkt im Zusammenhang mit Super erwähnt, hat aber im Gegensatz zu Super mit der Vererbung gar nichts zu tun. Die Gemeinsamkeit von Super und This ist, dass beides Pointer sind, die jeweils auf ein Objekt verweisen. Super eben auf eine Instanz einer Basisklasse und This ist der Pointer, der auf die eigene Instanz eines FBs verweist. Was ich damit meine, versuche ich an folgendem Beispiel zu verdeutlichen. Hier seht ihr einen neuen Funktionsbaustein, FB Simple Counter, auf dessen Funktionsweise ich gleich nochmal ein bisschen genauer eingehe. Für den Moment ist nur wichtig, dass dieser FB eine interne Variable, PThis hat, die vom Typ Pointer auf FB Simple Counter ist. So, und diese Variable initialisiere ich mit dem This Pointer. Im Mainprogramm instanziiere ich dann zwei Objekte von diesem FB und dann deklariere ich noch zwei Pointer, die jeweils eine Adresse eines FB Simple Counter Objekts speichern. Im Anweisungsteil weise ich dann diesen Pointern die Adressen der Counter Instanzen zu. So, in dem Online-Modus seht ihr jetzt, dass PThis jeweils dieselbe Adresse speichert, wie die Pointer im Mainprogramm. Mit This könnt ihr also innerhalb eines FBs auf die Speicheradresse zugreifen, an der die Instanz des FBs angelegt wird. Okay, soweit ist dann schon mal geklärt, was This überhaupt ist, aber wofür braucht man überhaupt diese Adresse? Und dafür gibt es eigentlich nur zwei Anwendungsfälle, die ich jetzt hier nacheinander einmal vorstellen möchte. Der erste Fall ist, dass eine lokale Variable in einer Methode eines FBs denselben Bezeichner hat, wie eine Variable des FBs selber. Ein Beispiel dafür seht ihr jetzt hier. Auf der linken Seite ist nochmal der FB Simple Counter. Der FB hat ein Eingangssignal B-Clock, ein Ausgangssignal N-Count und eine interne Variable FB-Trick vom Typ einer Flankenerkennung. Die Funktion dieses FBs ist es einfach zu zählen, wie häufig das Eingangssignal gesetzt wird. Zusätzlich soll dieser FB jetzt noch die Methode msetCounter haben, mit der der Wert der Countervariablen auf einen bestimmten Wert gesetzt werden soll. Den Deklarationsteil der Methode habe ich schon mal vorbereitet. Und hier seht ihr, dass die Eingangsvariable denselben Bezeichner hat, wie das Ausgangssignal des FBs. So, diese lokale Variable in der Methode überdeckt jetzt also die Variable des FBs. Das bedeutet also, dass ich jetzt nicht direkt auf die Ausgangsvariable des FBs innerhalb dieser Methode msetCounter zugreifen kann. Um hier dennoch das Ausgangssignal des FBs setzen zu können, kann ich jetzt das Schlüsselwort this verwenden. Die linke Seite dieser Zuweisung bezeichnet also die Ausgangsvariable des FBs und die rechte Seite ohne das this bezieht sich auf die lokale Variable N-Count in der Methode. Okay, ich halte diesen ersten Anwendungsfall des thisPointers übrigens für nicht sehr relevant, denn das Problem, das hier über den thisPointer gelöst wird, ist ja begründet in einer uneindeutigen Namensgebung für die Variablen. Manchmal mag es schwer sein, dieses Problem zu umgehen. In der Regel wird es aber möglich sein, die lokalen Variablen in der Methode anders zu benennen, als die Variablen des FBs, also wie zum Beispiel so. Und dann braucht ihr auch keinen thisPointer mehr. Der zweite Anwendungsfall von this ist, dass ein FB eine Funktion aufruft und sich dabei selber als Übergabeparameter angibt. Als ein einfaches Beispiel dafür habe ich hier die Funktion FLimitCounter geschrieben, die als Übergabeparameter einen Pointer auf einen FB SimpleCounter bekommt. Diese Funktion greift über diesen Pointer auf den Zählwert des FBs zu und checkt, ob dieser Wert größer als eine konstante C-Limit ist, die in einer globalen Variablenliste definiert und hier mit dem Wert 5 initialisiert ist. Und wenn dies der Fall ist, dann wird wieder über den dereferenzierten Pointer die Methode msetCounter aufgerufen und hier wird dann der Wert auf 0 zurückgesetzt. Der FB SimpleCounter könnte diese Funktion dann zum Beispiel im Anweisungsteil aufrufen, jedes Mal, wenn der Counterwert erhöht wird. Und dabei setzt sich der FB über den thisPointer selber als Übergabeparameter ein. In der Demo seht ihr jetzt, dass der Counter nur bis 5 hochzählt und dann auf 0 zurückgesetzt wird. Diese Funktion FLimitCounter ist also so etwas wie eine übergeordnete Instanz, in der eingestellt werden kann, bis zu welchem Limit der Counter gezählt werden darf und auf welchen Wert er dann zurückgesetzt werden soll. So, zu diesem Beispiel möchte ich noch eine letzte Anmerkung geben. Wenn die Funktion FLimitCounter hier anstatt eines Pointers eine Referenz auf einen FB SimpleCounter erwartet, dann müsst ihr beim Funktionsaufruf aus dem FB noch darauf achten, dass ihr den thisPointer mit dem Dach dereferenziert.